Nach seinem Sexting-Skandal halten Adam Levine und seine Frau Beati Prinsloo ganz fest zusammen. Der Maroon 5-Sänger und das Model erwarten momentan Baby Nummer 3. Doch böse Gerüchte überschatten die süße Nachricht. Mehrere Frauen werfen dem Musiker vor, ihnen in der Vergangenheit anzügliche Nachrichten zu schicken. Mit Influencerin Sumners Joe geht angeblich sogar mehr. Doch eine Trennung ist für Beati trotz des Eklats um ihren Mann wohl kein Thema. Die einstige Victoria's Secret Beauty hält zu Adam, was dem 43-Jährigen alles bedeutet, wie ein Insider verrät. Er liebt sie sehr und ist unendlich dankbar und glücklich, dass sie an seiner Seite bleibt und ihm eine zweite Chance gibt, sich zu beweisen. Die aktuelle Belastungsprobe versuchen Beati und Adam gemeinsam zu meistern. Der Sugar-Interpret sorgt sich dabei besonders um das Wohlergehen seiner Liebsten. Das letzte, was er möchte, ist, dass sie während ihrer Schwangerschaft gestresst oder aufgeregt wird. Deswegen genießen die werdenden Eltern momentan viel Zeit mit ihren beiden Töchtern Dusty Rose und Gio Grace. Zudem fokussieren sich Adam und Beati auf die baldige Ankunft ihres dritten Kindes.